moin meine lieben leute und willkommen zurück auf meinem kanal zu einer weiteren folge des parados 3 ich habe eine neue neue elgato karte vielleicht erkennt man das ein bisschen ein bisschen fresher und nicht mehr ganz so düster auch das kann man auch einstellen so aber wir machen weiter und zwar in der stadt und müssen noch drei von den kollegen erledigen die uns der gute hektor erzählt deswegen also wir haben jetzt die tante in der bar getötet ich glaube jetzt ist einfach mal der jetzt einfach mal der stück hier passiert ist der hier rumreitet das machen wir jetzt einfach mal gucken wie wir dann bis dran kommen also versuchen mal kurz raus ich habe nicht den ganzen tag zeit also aber machen wir eigentlich die kiste drin gehabt hier in diesem ding läuft nicht so die kiste vergessen haben man sollte annehmen er wäre vorsichtig da gibt es doch immer irgendwelche da drüben ist eine kiste die haben wir doch gar nicht geholt die holen wir doch schnell mal weiß ich für wen die ist aber wir haben sie ja gar nicht und sie tanzt immer noch da oben ja keiner mehr ist natürlich aber ich habe nicht so viel denn wir haben genug munition eigentlich gut für nachher vielleicht falls wir doch mal was wir ballern so und immer rüber zu ihm hier und schauen ob er den ich irgendwie noch ein bisschen platt machen kann also da kommen wir nicht rein ich werde den willen dieses mist fies brechen ich sehe schon ich sehe schon ein klein eingang ein kleines loch im zaun ein kleines loch löchlein im zaun und dann können wir glaube ich da reinkommen ok da ist einer kurz warten zu viele wachen für einen hinterhof pferch javis und seine männer hängen hier rum ich wette er versucht es noch mal mit dem wollen dann sollten wir uns besser unauffällig verhalten sobald wir dran sind ganz gebüsch hier draußen sind ja auch noch ein zwei drei leute also wie viele haben wir denn hier 12 das ist ein zivilist den interessieren wir nicht das ist allerdings ein schütze bei dem nicht von hinten irgendwie killen sind auch kein jona oder drehen die zivilisten auch durch hoffentlich bleibt es ruhig weißt du was wir testen uns einfach mal ok finden wir nicht so cool hier den zivilisten zu töten halte ich für eine ganz komplette idee zu viele zeugen wie man sieht er ist ja kein zivilisten aber wir können auf jeden fall nicht da hochkommen so man hat gucken wo die alle hingucken hier er guckt auf jeden fall dahin das kann alles sehen dass die ecke kann er nicht erkennen das doch gut lassen wir noch kurz so wenn wir es schnell hinter uns wir müssen den typen hier weg haben ich bin der beste okay jetzt haben wir wir müssen irgendwie in den typen ablenken hier vorne ist nur die frage wie warum hat sie ja nicht so ein häkchen da wollte sich irgendwas also ich muss den typen da oben ja im kennen das heißt der untere müsste eigentlich abgelenkt werden aber wie können wir den ablenken ist auch die zweite frage da können wir glaube ich auch nicht reinkommen direkt hier über die berge jetzt auch nicht da kann ich nur die leiter hochkommen aber ich muss ihn ja irgendwie loswerden aber wie kommen wir dann den vorbei das ist wie eine gute frage wir gehen wir gehen noch mal raus hier und versuchen ihn mit der münze aufzulenken hier unten vielleicht klappt das ja dann kann man direkt da hoch und ihn kurz wegnacken mal sehen ganz alter trick was in aller was war das interessiert die gar nicht wirklich billiger alter trick sind leider zu viele leute irgendwie eventuell könnte man das über dem hier vielleicht auch nur ein paar sekunden dass wir da irgendwie reinkommen ich jetzt keine münze hinwerfen irgendwas was ist das für ein lärm wir haben ja ein scherzball wir sind auch im heu okay der ist auch weg von der seite geht es vielleicht aber der oben sieht uns ja immer noch hier unten kriegen wir leider auch nicht weg aber die drei können wir dann auf jeden fall auch noch weg flanken er guckt da die ganze zeit und er guckt da naja so richtig weit guckt er ja auch nicht so richtig schnell sein auf wir versuchen wer hat lust zu sterben offenbar hat javis schon den ganzen tag an dem bullen gearbeitet in dieser bullen zwischen haben wir was zu sehen wie damals in el paso wie jedes mal auch hier rein so jetzt haben wir schon mal das außenlager ein bisschen verdünnt jetzt und die frage da drin der sitzt immer noch da draußen ihn könnten wir von oben ja vielleicht runter flanken wie guckt er dann noch mal noch einer unten oder das ist ein blickfeld okay im endeffekt ist es egal weil der hier unten der guckt er guckt sich hier oben ja nicht an dann müssen wir mal ganz kurz ihn muss immer kurz hier fokussieren okay drin können wir mit messer messern siegern da komme ich noch nicht so weit wer hat lust zu sterben wir probieren es einfach mal nur der typ darf ihn nicht sehen da oben das heißt selbst wenn ich das schaffe dann muss ich ihn ja ganz schnell auch weg bekommen da oben die leiche blut vergießen gleich jetzt die büsch packen super oder so noch nicht so schlecht so jetzt haben wir den bullenreiter typen aber wir können auf jeden fall mit der sitz ja eh da das ist uns gar nicht aber mit hektar können wir reinkommen eigentlich sind da jetzt nur noch zwei leute die wir killen müssen das ist ja nicht mehr so viel wir schauen mal kurz er ist da er ist hier müssen wir vielleicht also er guckt in die richtung und er ist ja so ein wir gucken wo er gleich hingeht der bleibt die ganze zeit so wenn er gleich wieder zurückgeht dann killen wir den ein das ist nicht von ihm erwischen so ich bin noch beim aufwärmen keine sorge nächstes mal kriege ich ihn pass nur auf also wir machen schön dich zu sehen amigo du gehst hier hin und killst ihn und du gehst hier hin und killst ihn ok los geht's wieder auf die barra javis doch keine so große nummer also gut zwei erledigt zumindest haben wir die hälfte geschafft genau die hälfte haben wir die legen wir jetzt hier hin und die waren wieder raus ganz normal und sind wieder auf der straße gleich gilt für den bärenfellträger hier gehen wir auch wieder raus so ok man sollte annehmen der wäre vorsichtiger bei all dem geld wir können auch zusammenlaufen ich bin einfach das ist nicht eilig komm ich war ja nochmal ach warte mal die kiste rum obwohl es egal ist irgendwie ich glaube das ist meine munition drin und wir haben eigentlich von allem was ich dachte das ganze wäre gut für die stadt gucken wo wir hingehen also hier ist ja der wer ist denn hier ach hier ist der ok den nimmertig zum schluss sie haben es wohl geschafft warte mal ziele also wir haben javis und wald martin befinden sich mit bain seht euch diese wand an der und der duke ah der duke ist der der die der die der hier von der kirche da läuft ne gut dann lass uns mal zur kirche gehen und gucken wir ihn nicht bei der kirche irgendwie überfallen können das sollte ja möglich sein sie können nicht einfach mein haus abreißen ach halt die button so hier ist die kirche eine kirche in einem gottverlassenen ort wie diesem auf der straße können wir ihn leider nicht killen das geht einfach nicht wir haben uns hier versammelt weil unser userfreund bill von uns geschieden ist mit jeremiah erschlagen von einer wand die irgendein idiot nicht ordentlich gebaut hatte da hinten kann man längst klettern das machen wir gehen wir ich weiß nicht wir sind hier um seine erschlagenen überreste an die erde zu übergeben asche zu asche staub zu staub und so leute an mehr kann ich mich nicht erinnern hat irgendwer von euch knallköpfen irgendwas zu sagen da sind ja ich habe vier leute hat keiner fliege was zu leide getan aber meine frau gestanden irgendwas wegen der glocke noch mal runter schütteln wer tut das nicht in frieden bill fehlt mir wer war echt fähig ja niemand konnte eine wand so schnell und gerade ziehen wie bill vor allem josh nicht da stand ja irgendwas von wegen die kirchglocke ist kürzlich ungefallen es wäre eine scheine wenn das normal passieren würde was für richtig könnte man die noch mal runterjagen aber die ich denke jetzt ist alles gesagt wir zwei beginnen mit dem zuschaffen probieren wir mal ok wenn die runterfällt ist die frage kann die auf die leute drauf fallen wieder kommen wir testen mal wir testen mal gehen sie sich genau dahin eine kirche in einem gottverlassenen ort wie diesem nicht ein glückstar heute was damit wären drei erledigt wie kommt es dass du dich mit jedem großen arschloch in der stadt angelegt hast vielleicht weil ich große arschlöcher nicht ausstehen kann aber wir haben die auf jeden fall alle erledigt war ich ja nochmal der war ja jetzt nicht so schwer ok ich nehme den aufpassen muss ja auch wieder hier rauskommen irgendwie ne ich muss den auf jeden fall weg haben ne sprung kill wie geil ist das denn ok ihn irgendwo hinpacken kann ich das ganz schön schwer ganz schön schwer was was Entschuldigung ich gehe einfach hier ne ich habe wieder eh keiner links oder das ist so komisch nicht das ist doch so geil jetzt einfach mal der Boss gerade gekillt wurde und das keinen interessiert gut haben wir noch mit dem zeit dann können wir lass uns doch schon mal rüber gehen zum anderen dann versuchen wir natürlich hier ihn umzubringen das ist ungeheuerlich sie können nicht ups ich meinte ich meinte natürlich mcbain also der company die schienen müssen hier entlang laufen zur hölle mit ihrer company hier kann man rein kurz mal beobachten wo wir hingehen da kann man rein da kann man rein da sind natürlich echt viele Wachen aber wir müssen ja eigentlich nur den Typen da können der da hinten ok ich kann die Kerle nicht ausstehen wir warten kurz hier bis der eine wieder zurückkommt der gerade das Material weggebracht hat vielleicht können wir den ja nochmal platten da kommt der auch nicht rein ja da kommt einer guck mal da da werden die Schienen verletzt da ist der Vorarbeiter und wir wollen keinen auf die Baustelle dann sollten wir leise hingehen so ich meine hier kann auch niemand findet hier nehm ich jetzt schnuppe wird auch Zeit so jetzt gucken da drin sind auch welche äh kann er die Leiche da sehen wer hat Lust zu sterben er ist nichts da er ist tot ok das war dumm nochmal Ups dann werden wir mal dichter speichern so wir können es kaum erwarten wie ist der Plan ja der Plan ist die Leute alle zu killen irgendwie ähm müssen wir gucken wie wir das am besten machen ich muss den ja irgendwo verstecken dass ihn keiner findet weil der Typ ist typisch nervig da da werden die Schienen verletzt Mac Bane ist der Vorarbeiter und lässt keinen auf die Baustelle dann sollten wir reise hingehen einfach hier hinlegen hier hinlegen die dürfte noch keiner sehen eigentlich guck der Kopf da jetzt raus ne mach schön den Kopf runter wird auch Zeit du musstest mich mit reinziehen ja er geht dahin mal sehen kann ich noch auch einig kann oh nochmal ah ich hab schon wieder vergessen zu speichern das speichern ist echt woher fahren wir da muss man wirklich immer daran denken das ist ungeheuerlich das ist einfach mein Haus abreißen das ist der beste Weg aber ich muss natürlich die Schienen müssen hier entlang laufen zur Hölle mit ihrer Company was ist da drin los da werden die Schienen verlegt McBain ist der Vorarbeiter und lässt keinen auf die Baustelle dann sollten wir leise hingehen ok wir sind hier jetzt müssen wir gucken wozu habe ich kann ich denn oh Gott kann ich denn den hier einfach killen oder darf ich das nicht er ist außen vor der Tür ok das kann uns dann egal sein aber den kann man auch nicht killen denn das können die anderen alle sehen hm mal kurz hier na guck mal er sieht dahinter das sieht er zwar nicht da kann ich mich längst schleichen der sieht mich auch nicht der kann ich auch längst schleichen aber beide obwohl der sieht mich ja gar nicht das heißt es ist nur der der diesen Typen da sieht so blöd da kann man ihn ja bloß killen dass er wegkommt muss so ein doppel killen äh gemacht werden ich lass mir hier stehen hier gibt's nichts zu sehen hm ist das oh das gibt's doch gar nicht das gibt's doch gar nicht hätte der mich denn jetzt gesehen na gut also wenn wir ihn jetzt hier hinstellen die werden greifen Niemand legt sich mit Hector an näh das macht keinen Sinn den müsste ich eigentlich mit dem Messer außer Gefecht setzen damit wir den hier leise killen können das machen wir jetzt pass auf wir hatten es hart hier aber warten wir einmal bis er nochmal wegläuft da dann sieht uns nämlich glaube ich gleich und dann könnte man da reingehen glaube ich mein Gott der McBain der ist schon der hat schon was der ist schon gut bewacht fast genauso gut wie die Tante da im Saloon dann geh doch mal weg da du Affe dann nerven sich doch auch da ihn schicken wir jetzt hier hin und jetzt Achtung die Stadt geht den Bach runter ich bin am Zug und du? sieh genau hin hier alles oben einer Mist kein Problem ah ok dann ist da oben der Typ das war natürlich dumm sieht ja schon die ganze Zeit an hab ich gar nicht gesehen wir müssen noch kurz mal warten ich glaub der geht auch gleich weg da oben oder? beweg dich da oben bewegte sich nicht? shit er bewegt sich echt nicht da oben das ist natürlich kacke sieh genau hin aber ihn da oben kann ich treffen was passiert mit dem Track? komm du mal her gut also ich muss mir was ganz anderes probieren man kann ich hier irgendwo längs schleichen? ok wir schleichen uns auch mal hier längs so was ist denn den da unten? können wir mich sehen? da kann der mich sehen ne? ja warte mal kurz warte mal kurz warte mal kurz wer kann ich denn noch sehen da? wer geht da längs? Secure wieder einer weniger wir bauen jetzt warten dass der typ zurückkommt dann kill wir den auch die kleinen messer denken dann nervt uns der auf jeden fall nicht mehr wer hat lust zu sterben ein kollegen gleich wo kann mein kollegen hier rüber sind die noch ein bisschen aus und vor interessiert sich ganz so aber wer kann ihnen sehen da zum beispiel dass jemand der ihn sehen kann die gucken dahin er kann ihn auch nicht sehen er kann ihn auch nicht so richtig sehen augen aufs zieht alle ganz gut in der sicht hier er sieht ihn er sieht ihn Die Frage, wie man das hier lösen kann, das Problem, aber diese Frage gehen wir einfach beim nächsten Mal nach. Vielen Dank fürs Zuschauen und Like und so, ihr kennt die Geschichte, ich freue mich auf nachher, wenn es weiter geht, beziehungsweise morgen, vielen Dank, bis dahin, tschüss. Vielen Dank.